Wir sind Köpel Sacek, wir haben für die Plastikausstellung im Wiel Le Mouvement, eine neue Arbeit konzipiert, sie heisst Drei Kreise und sie besteht aus drei begangenen, bewanderten Kreisen, die über das Stadtnetz von Biel sich erstrecken. Das sind drei verschiedene Personengruppen, die diese Kreise bewandern. Einerseits sind es Künstler, andererseits sind es Asylsuchende und drittens sind es Sexworker. Die werden drei Tage, immer einer nach dem anderen, diese Kreise 24 Stunden lang begehen. Das vorgegebene Thema dieser Ausstellung war der öffentliche Raum und vielleicht auch die Krise des öffentlichen Raums. Und wir, also ich habe in Zürich die Krise des öffentlichen Raums vielleicht ein Symptom dafür steht, dass mein Atelier gleich neben den berühmt-berüchtigten Sexboxen steht und auch gleich neben einem Asylzentrum. Das heisst, diese drei Personengruppen werden in Zürich so nach Altstetten geschoben, an den Stadtrand. Und wir haben uns gefragt, warum ist das so, was verbindet uns und wie können wir diese Situation beleben und thematisieren eigentlich. Ich bin Elias Kirsch. Ich engagiere mich seit bereits sieben Jahren für die erotische Kultur. Und seit vier Jahren wohne ich in der Schweiz. Ich habe drei Jahre in Zürich gewohnt und seit einem Jahr in Biel. Und in das Projekt bin ich gekommen mit meinem Mitbewohner. Er hat mir Peter Zanzig vorgestellt und er hat mir vorgeschlagen, eine Route als Sexworker zu laufen. Und da ich bereits Sexualberatung, Tantra-Massage, BDSM und vieles andere angeboten habe, habe ich mich sehr über die Gelegenheit gefreut. Und ich fand es einfach sehr schön, dass es so ein Projekt gibt, das gerade diese drei Personengruppen hier in Biel verbindet. Hallo, mein Name ist Samar Zehaie und ich bin Eritrean. Ich bin 21 Jahre alt und ich bin in Suisse für ein Jahr und acht Monate. Ich habe gehört, dass es ein Projekt weitergeht, drei Tage in Biel gibt. Und sie haben eine Poste geschrieben, dass es ein Projekt gibt, in der Asil, in der ich leben in. Und ich habe gesagt, dass ich gerne teilnehmen möchte. Und du wohnst auch? Wahrscheinlich, ja. Das war nicht in der Partie, aber ich werde jetzt wohnen. Oh, drei Stunden. Ja, drei Stunden. Ich glaube, dass es bestimmte Dinge, die nicht aussehen sind, aber es sind. Und ich meine, es gibt Dinge, die wir nicht sprechen, die müssen zu sprechen, oder sind. Wir haben nämlich die Spenden im Raum, in dem du bist wie alle anderen anderen, auch in dem du bist, wie alle anderen anderen anderen, aber das macht dich, wie dich nicht als als einer anderen anderen anderen. Das kommt mit einem einen Unkön quickly, oder einem Ossider, in dem du bist, wo ihr in die Du bist. Wo sie haben, in den Du bist. Und ich denke, sie wollen, dass sie unsere лайden. Es ist ein Unspoken Law, das in uns ist, und ich denke, wir sollten es zu vermeiden, weil es negativ, oder es macht jemanden, dass er kein Recht hat, oder dass er kein Willen, oder zu sein, oder zu sein, oder zu sein, oder zu sein, oder zu sein. Wir haben nicht das Recht, oder zu sagen, das zu anderen Menschen. So, in conclusion, this project is showing free will. I believe that.